Miriam, du hast heute Bronze gewonnen, die erste Medaille für das deutsche Team. Und sag mal, dir fällt irgendein Stein vom Herzen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich riesig. Was Besseres hätte nicht passieren können. Wie ging es dir denn auf dem Podest, als du gerade hier drauf standest? Ich meine, gehörst du zu den vier Besten aus Europa, in deiner Gewichtsklasse und deiner Altersklasse? Ja, ich habe mich super gefühlt. Ich habe mich total gefreut. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Was hast du dir denn heute früh vorgenommen? Ich meine, du hast dieses Jahr Medaillen bei den European Cups gewonnen, du hast den Thüringen-Pokal gewonnen, du bist deutsche Meisterin. Was war denn so insgeheim dein Ziel heute? Auf jeden Fall eine Medaille. Und das habe ich erreicht und deshalb bin ich jetzt glücklich. Wurde es ja ein bisschen gefeiert heute Abend. Wie sieht es denn da aus? Ich weiß noch nicht. Mal gucken. Die anderen kämpfen ja morgen und dann ist ja noch Team. Aber ich denke, wenn Team um ist, dann feiern wir alle zusammen. Und morgen drücken wir dann den Kolleginnen die Daumen. Dankeschön. Gerne. Gerne.